Herrlich-Hohen-Boller Ein süßer Unkenntnis des Schadens, den ein langer Krieg über die rätische Ansammlung von Häuschen bringen kann, legen die Dorfbewohner von Herrlich-Hohen-Boller mit reinem Herzen und reinem Körper. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon Keeper. Wir werden auch mal direkt loslegen. Okay, wir haben aus der letzten Folge unseren Täufer mit dabei. Okay, machen wir schon mal. Du musst also steckt für eure Kreaturen. Das ist eine Schadkammer. Ich hole noch sechs. Noch sieben Imps sind gut. Damit es ein bisschen schneller geht. Okay. Dann machen wir hier ein Schlafgemach. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann machen wir das noch auf. Dann würde ich mal sagen, Brudelmund ist ja weit. Brudel? Ja, dann haben wir es so. So. Warte mal. Dann wird alles betrunken. Ein Eingang wurde erobert. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. So. So. Und hier der Tempel hin. Dann machen wir bis hierher eine Uniform. Ja, ein Versteck. So. Dann gehen wir hier noch. Dann kommt hier. So. Dann starte ich hier früher noch Trainingsraum. Nee, machen wir das Gefängnis hin. Das Gefängnis. Dann wird der Tempel hin. Muss ich sagen. Hartwärtskammer? Nee, doch. Trainingsraum. Hier haben wir. Lünnerraum. Jetzt brauchen wir noch eine Bibliothek. Ich würde sagen, das müsste reichen. Versteck. Ich habe wieder diese helleschen Fliegen. So was störend ist, gibt es gar nicht. Zack. Verkürzen wir das Versteck noch ein wenig. wurde ein bisschen buddeln nicht brütteln buddeln wir graben uns bisher vor ein extra zimmer okay gefängnis folterkammer und baracken bibliothek noch schnell machen das angefangen wird mit forschen du hast ja noch ein bisschen ausbauen so machen wir hier so das gefängnis sieht schon aus tempel trainingskammer genau unsere großen teuflermaskel trainieren genau das haben wir noch mit rein okay was haben wir denn jetzt noch ach ja unser spezieller raum ich weiß nicht ob er reichen wird ja es reicht jetzt werde ich euch dann zeigen warum ich den extra raum angelegt habe hier rüber ein neuer spruch wurde erforscht ihr habt euch in ein neues gebiet vorgegraben zack noch ein teufler das ist gut aber wir bräuchten dann noch einen troll und eine eiserne jungfrau ja hier wurde erkundet schon mal ja noch zwei fliegen zack du kannst hier unten rum schweben da fliegt nur all die ich will da ein neuer raum wurde erforscht ach was wurde erforscht ach eine brücke hier oben ist irgendwo auch noch was eure kreaturen stürzen sich auf den gegnern eure kreaturen werden angegriffen ich werde jetzt mal hier neig gucken gehen ob du's diabolus eure kreaturen unterliegen im kampf wieso unterliegen im kampf eure kreaturen werden angegriffen ich wollte schon sagen was sind das die komische flieger warum fliegt denn hier mitten durch den raum wir haben euch in ein neues gebiet vorgegraben ja sehr schön eure kreaturen werden angegriffen eure kreaturen stürzen sich auf den gegner wir haben ein paar höllenhunde warte mal na gut ich zeige euch mal einen höllenhund da hat zwei köpfe das ist dementsprechend schnell also sehr schnell und es kann über lava rennen sehr praktisch um alles mal selbst zu erkunden gehen wir weiter Hoi die von mir oder ich nicht tolle mir ich schliebe auf die pulp an die ich schreibe mich vorne an ok zack Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. So, wandeln wir mal hier mal lang. Ein neuer Sprung. Hier ist nichts. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ich hasse das. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen werden angegriffen. So, es reicht. Haben wir noch unseren Spaß gehabt. Genau, hau mal die Viege um. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Und ihr könnt Dämon-Echsen nicht leiden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein neuer Spruch wurde erfolgt. Müssen wir da nochmal einen extra Raum machen. Oder ich muss die mal trennen. Was ist denn hier los? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Aber ne Handwerkskammer. Ja. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ja. So. Oder wartet mal. Ich hoffe, die haben jetzt nicht doch gegraben. Zack. Bleiben die wenigsten da hinten. Machen wir noch eine Hühnerform rein. Zack. Ich stelle mal auf Flucht. Ein neuer Raum wurde erfolgt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Das Gefängnis. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. So. Oh, diese Hunde. Unmöglich. Unmöglich. So. Komm on. Jetzt kommt die Vorderkammer. Sehr praktisch. Verracken. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ich spring euch wohl. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ja, ich habe es extra vergrößert. Eine Tür wurde hergestellt. Ich werde euch jetzt mal schnell was machen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Echt witzig, Hunde. Zack. Ich versuche nämlich welche einzudringen. Pass auf, sie sind eingedrungen. In der Saftsäcke. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Schicken wir uns der Teufel mal rein. Schicken wir uns der Teufel mal rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ich krieg's mit. Darum... Wurde man schleunigst. Die Trainingskammer weg. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. So Hundis, ihr wartet jetzt leider. Einen Spaß hab ich euch nicht drauf. Ich wollte hier rüber gehen. Hm. Eine Tür wurde hergestellt. Ich hatte ja ein Autofakt gehabt. Wo ist denn? Was ist es denn? Kreaturentransfer? Was hab ich eigentlich mit meinen Tollbrows? Ist immer noch Level 6er. Aber ich glaub ich wär ein Hund mitnehmen. Was hab ich denn? Was hab ich denn? Was hab ich denn? So. Eine Falle wurde hergestellt. Zack. Machen wir hier schnell mal eine Schatzkammer rein. Eine Schatzkammer. So. So. Und das war ja klar. So. 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 ist die. So ist die. Nicht verstärkte Wand. eingepackt. So. Und da ist er. Die Tür wurde hergestellt. Das ist nämlich hinten. Zu diesem. Sie hätten eigentlich noch was? So. Mal rein. Technischerweise. Mit Hallen kann man nicht stehen. Nee. Nur hier. Ähm. Hibbi, 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 hibbi. Holen wir noch da? So. Ich misch jetzt halt was da hinten drin ist. Ich hoffe, ich mach die richtige Tür auf, ja. Ich hab die richtige Tür auf, ja. Hibbi. So. Die zwei hier. Ist doch riesig. Ah, eine verbogene Welt. Saaltag. Machen wir es gleich so. Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Sehr schön. Begebt euch dahin, wenn ihr dieses Land erobert habt. Okay. Was soll ich denn sagen? Dann nehmen wir unsere Hunde mit. Welchen wir sehen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegen dich. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Hör ich nicht. So soll es sein. Das speichere ich noch schnell. Zack. Und mach weiter. Oder? Brauch nicht. Eine Falle wurde hergestellt. Was denn jetzt? los. Kreaturen? Alles klar, es ist was hier hinten noch. ��autom. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stärßen sich auf den Kälten. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Fliegt! Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Aaaaaah. Eine Tür wurde hergestellt. So. Und dann mach ich jetzt die Arbeit schnell und genau festen. Ja. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da lauer ist. Na so. Eine Tür wurde hergestellt. Irgendwo muss ich ja da rein gehen. Aha. Eure Kreaturen werden angegriffen. Uiuiui. Sind aber viele. Eure Kreaturen werden ergreift. Eure Kreaturen werden angegriffen. Aktiviert doch mal die. Was sei denn? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Dann haben wir unsere Ex noch hinzu. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Gast. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen unterliegen im Gast. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. So. Und danninhasen. Dann hauen wir dir alle noch gleich noch mal rein. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ich hör das nicht mehr los. Wo sind meine Dicken? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich hab meine Trauer. Eure Kreaturen unterliegen sich im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen begreifen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Ah, da, 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 da. So, speichern. Warum das denn? Okay, machen wir weiter. Ich kann das, da, 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 da. Jetzt bitte?